einen wunderschönen guten tag meine freunde heute startet eine kleine serie über matthias clemens und er hat so auf letzten monat jeden tag eigentlich ein paar stories gedroppt und ich habe mir jetzt das persönlich noch mal rausgesucht das geht jetzt um planet meet weil ich vor im juni hatte ich bei blendet mit bestellt mit meinem kumpel und da gab es so ein mega sale jubiläums ja da gab es genau wie kevin gesagt hat prozente und da habe ich mir gedacht ja gut kommen bestellst immer macht einen guten eindruck und heute geht es wie gesagt um planet meet wie wir das ja auch im hintergrund sehen da gab es nämlich das sind jetzt alles matthias clemens seine stories 19 die maximale zulässige toleranz laut gesetzgeber ist 4,5 prozent bis 200 gramm ab 500 gramm dürfen 15 gramm fehlen so es geht jetzt ums gewicht man wiegt gefrorenes fleisch also so wie es planet angegeben hat im gefrorenen zustand sagen die da müsste 250 gramm drin sein da müssen 300 gramm drauf sein das muss dann auch drin sein deswegen ich habe viele stories gesehen wo dann einfach sachen gewogen worden die aufgetaut waren wir wollen schon verbleiben jetzt wir wollen verbleiben aber da ich ja da auch bestellt hatte kam mir das jetzt ist es für mich also ein kleines herzensvideo einfach mal zum schauen was ist denn da jetzt überhaupt dran an diesem ganzen gewicht wie gesagt im juni hatten wir bestellt gehabt und da gucken wir jetzt auch mal an die verbraucherzentrale verbraucherschutz plups plups geringfügige abweichung erlaubt zum beispiel der hersteller darf die füllmenge innerhalb einer charge bei produkten mit gleicher nennfüllmenge im mittel nicht unterschreiten minus abweichung einzelner packungen sind jedoch innerhalb bestimmter toleranz grenzen erlaubt so darf beispielsweise eine 100 gramm also hat man es eben gelesen schokolade 4,5 gramm leichter sein bei einer 500 gramm packung müsli braucht es 485 gramm also 15 gramm drei prozent hochgerechnet glaube ich ja ja stimmt damit nicht untergewichtig damit sie nicht untergewichtig ist würde das müsli jetzt zum beispiel müsli ohne verpackung sogar nur 470 gramm wiegen wäre die packung nicht mehr verkehrsfähig und dürfte diese form nicht mehr verkauft werden also das geht jetzt zum beispiel auch hier obst in schein das sind jetzt nur kleine beispiel wir legen gleich los für schein und körper mit obst und durch ein band oder draht zusammengehaltenes gemüse wie spargel gleichen nenngewichts gelten die gleichen anforderungen wie für fertigung fertig packung hier müssen händler mittelwerte einhalten und die einhaltung der toleranz grenzen bei der herstellung beachten so müssen schalen mit 500 gramm erdbeeren bei der abfüllung im mittel 500 gramm der süßen frucht enthalten ja also beilage zählt nicht sagen wir es mal so verpackung beilage zählt dann nicht dann haben wir jetzt hier noch noch was anderes vom verbraucherschutz zwei von 100 packungen dürfen diese genannten minus abweichung zum zeitpunkt der herstellung sogar noch unterschreiben der mittelwert muss jedoch auch hier eingehalten werden fehlt mehr spricht man von einer unterfüllung also hier ist noch mal dasselbe beispiel mit den 100 200 gramm 500 gramm hier steht es auch noch mal da ich verlinke euch das dann könnt ihr da noch mal genau reinschauen und dann habe ich mir gedacht ja gut ich habe mein kumpel das empfohlen wir hatten da zusammen bestellt und mein name wurde befleckt wir hatten uns dann gedacht hey komm er hatte noch ich hatte in letzter woche gefragt hast du davon noch was von den planets und also jo ich habe da noch alles im tiefkühler fast alles und wir haben eine waage genommen haben die geeicht mit 18 gramm gewichten wie man das hier ich lasse mal das video im hintergrund abspielen ich glaube ein gewicht ist bei 3,6 3,6 gramm hier sieht man es noch mal 1 2 3 4 5 18 gramm wir sehen es auch gleich noch mal auf der waage sind wir auf jeden fall unsere gewichte die wir benutzt haben dann gehen wir mal komplett zurück ich glaube eichen kommt dann in dem vorletzten oder im letzten video eins von beiden war ein bisschen durcheinander aber ihr werdet das schon sehen ich mache mal den sound von meinem freund weg nicht dass ihr hier sicher eine anklage von ihm bekommen also hier sieht man noch mal die gewichte wie er schön gefilmt hat wunderschön hat er hier gefilmt da hat er vorher noch gewogen es klärt sich gleich alles auf also keine sorge er nur die jetzt gleich noch mal und im nächsten video sehen wir dann auch die gewichte wie die da angebracht worden und wir sind sogar jetzt ach ich bin nicht schlecht vorbereitet so er nur die jetzt die waage jetzt haut er die gewichte drauf was für eine spannung so 18 gramm also die waage stimmt wir haben nicht beschissen wir haben nichts gemacht an gewicht wie andere leute so noch mal genullt und jetzt 250 gramm hinschenbrust die spannung steigt gefroren bei blended meat steht auch drauf gefroren also wird es nur in gefrorenen zustand gewogen so noch mal 234 gramm so jetzt haben wir die wurst die müsste bei 300 gramm wiegen wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche 279 ist noch in der verpackung also ist es noch verpackung wir haben die verpackung auch noch gewogen meine freunde also so soll es ja nicht sein dann haben wir die nämlich so wir sehen das jetzt hier noch mal dann haben wir uns gedacht hey komm nee das jetzt packen wir das zeug mal aus und gucken mal was ist jetzt ohne verpackung wiegt auch gefroren da sieht man hier die brust hier hinten noch das gehacktes lassen wir das jetzt noch mal durchlaufen dass wir das mal sehen können mhm so dann wird die waage noch mal angemacht natürlich wollen wir uns ja nicht hier irgendwie sagen hier wir bescheißen ja also da haben wir wieder mal die 18 gramm drauf gemacht so 18 gramm bei bei bilder können ja lügen da kann man ja manipulieren da kann man sich ja auch rausreden als firma 18 gramm und das ist ja jetzt ein video 18 gramm wieder genullt so und jetzt kommt die händchen jetzt kommt das der brust drauf der lecker brust kommt jetzt drauf 224 zu 250 so und die verpackung davon wiegt 9 gramm ja es kommt jetzt kommt unser gehacktes da drauf 272 jetzt von 300 so verpackung davon 6 gramm ja leute was soll ich dazu sagen was soll ich dazu sagen ich kann es denn selbst wenn ich gut also wenn ich für sie sprechen möchte als neutraler ich versuche das ja mal aus zwei seiten jetzt zu sehen einmal aus der sichter also ich der käufer oder der verkäufer und auch von matthias clemens auch von planet so neutral halt wie möglich aber trotzdem mit meiner eigenen meinung wenn ich eine geben kann und ich kann ja hier eine geben fühle mich schon ein bisschen abgezockt also was das betrifft ist es richtig uncool persönlich werde ich da auch nichts mehr bestellen egal wie die qualität ist oder wie sie nicht ist ob es mir geschmeckt hat oder nicht geschmeckt hat hat damit überhaupt nichts zu tun ich werde persönlich für mich da nichts mehr kaufen da an den gramm zahlen mein wort wurde auch noch quasi missbraucht mein vertrauen hat für mein kumpel das ist schlimmste für mich wenn ich was erzähle und empfehle und dann ist es auf einmal nicht drin was drauf steht jetzt mal so gesehen und jetzt gehen wir mal richtig rein zu matthias clemens ich versuche das wirklich so schnell wie möglich abzuhandeln also das ist maximal 20 25 minuten ein beitrag geht ansonsten muss es cutten und mehrere dinger hochladen so dann hat ihr dann gab es noch so freiland haltung stimmt nicht was habt ihr denn da und so hat jemand nachgefragt moment ich so zu mal ran warte ich zu noch weiter ran zum für euch ganz nah ran ähm da hat jemand gefragt ähm habt ihr irgendwelche nachweise dafür dass die tiere aus freiland haltung erstammen welche bauernhöfe beliefern äh euch kann man die sich die tiere mal anschauen dann kam die antwort nein da musst du uns leider vertrauen liebe grüße ben und der derjenige der das geschrieben hat hat nochmal geschrieben gerade gesendet bekommen herrlich das das kein leak die habe ich die hebe ich auf das hier ist nur zum selber nachdenken gerade noch mehr gesendet bekommen 80% wusste ich 20% nicht und weiß noch sachen die ich nicht weiß von denen äh ich den Screenshots habe also matthias hat auf jeden fall noch was bei planet meistens im hintergrund ich bin da halt stutzig geworden wo dann da stand wo er wo das gepostet hat und da habe ich dann halt geschrieben okay wenn das mit diesem fleisch so stimmt mit diesen abweichungen hast du die echt auseinander genommen also dann kann man dagegen nichts mehr sagen klar sind das jetzt nur bilder und auf den grund habe ich dann einfach nachgewogen und bin zu denselben entschluss jetzt gekommen von von mir aus weil meistens im internet wissen wir ja da wird viel gefakt da wird viel ich mag die nicht mag die nicht und dann werden so sachen ausgekramt die eigentlich nichtig sind um irgendwas zu untermauern um seine fenster ruhig zu stellen also jetzt nicht auf matthias und so bezogen im allgemeinen jetzt ganz youtube ist einfach ja wisst ihr wisst ihr bescheid so da gab es noch ein paar andere sachen kann man planet meet beim verbrauerschutz melden mal wurde wird er matthias gefragt ähm er hat geschrieben ich werde es nicht tun aber kann theoretisch jeder betrogene kunde tun aber denk dass du mit dass das so medial ist da passiert eh was das spricht sich ja rum ähm hier ist jemand sauer nur bieffragen danach schlafen also sauer nur bieffragen äh planet meet äh wirklich so schlechte bruder dein wort in gottes händen kauft da nichts mehr bei gott schwarz auf weiß okay das war nur die überschrift äh von der fragerunde also ja da da gab es ja noch mehr ich zeige nur so ein paar sachen die beworbenen 250 gramm händchenbrust war bei mir persönlich immer deutlich unter 250 bis 220 gramm was den kilo preis noch mal deutlich unattraktiver macht keine ahnung ob sich das mit der einführung der 210 gramm äh gebessert hat so dann hat er matthias noch mal geschrieben das allgemein bekannt dass die gewichte nicht stimmen bei denen aber gibt noch viel mehr gespräche über die vom bäckern bis zu jedem shisha kaffee weiß jeder was sache ist okay also da ist schon matthias rückt halt nicht damit raus also mir hat jetzt schon diese gramm an äh diese screenshots von diesen gramm dinger haben mir schon gereicht da mal stutzig zu werden wenn ich selber nicht getestet hätte wäre ich da jetzt noch nicht so drauf eingegangen da hätte ich das video noch gelassen aber da ich ja einen beweis habe kommt das video als auch als allererstes das ist sowas was mich so ein bisschen ja hier ähm leute bin verwirrt soll das eine extra protein äh ein extra protein sein hier sieht man halt eine fliege also fliegenprotein ich muss jetzt aber sagen das ist schön dass es solche äh bilder gibt man sieht aber nicht welche firma das ist also da kann ich jetzt sagen wenn ich jetzt vor gericht bin müsste ich sagen hey ja aber das sieht jetzt so aus die verpackung da ist jetzt eine fliege drin ob das jetzt planet meat ist weiß ich nicht deswegen also wenn ihr solche screenshots ich will das jetzt euch nur mal zeigen nicht dass ihr da immer gleich auf diesen hate train aufspringt ihr müsst auch eure quellen man muss immer die quellen entgegen checken das ist das einfache Journalismus es muss man wenn ich wenn ich in einer bubble bin und suche jetzt irgendwas was meine Meinung festigt was ja okay ja stimmt ja das ist nicht dieselbe Meinung muss ich trotzdem Quellen suchen die gegen meine Meinung sprechen und das machen viele nicht und so ist es auch mit Bildern man muss sich dann immer erst mal weiter denken okay das sieht zwar auf dem ersten Ding so aus es kann stimmen es muss aber nicht und deswegen darf man da auch nicht jetzt eine Welle machen da muss ich jetzt jeden mal mal so in Schutz nehmen egal was für eine Firma wisst ihr Bescheid Matthias bei Planet bekommt man immer extra Protein aus anderen Quellen so weil die gehen davon aus dass es Planet ist aber wir sind ja keine B-Zeitikus wir wollen das ja mal ordentlich auftrösten also so gut wie es geht also im besten Gewissen versuche ich euch hier das näher zu bringen noch jemand dazu geschrieben zu diesem Fliegen hä versteht den Würbel nicht warum beschwert ihr euch über ein extra Protein zum Fleisch extra Protein zum Fleisch hochwertiges Fliegenprotein ja da gab es noch ein paar Memes da drüber sozusagen und dann gab es noch etwas wo ich jetzt euch eben schon erzählt hatte habe Mitte August 21 ein Stück Seidemäresfrüchte Mix von Planet gefunden hat den Mailverlauf noch passt zu dem was du erzählst ja aber es ist wieder kein Beweis versteht ihr es ist ein Bild aber es ist kein Beweis wenn ich das im Video zeige so wie wir es vorhin gemacht hatten wie ich es gezeigt habe ist es okay dann wird es als Beweis aber da kennt es jeder als Beweis an aber da kann man sagen ja gut hast du irgendwas abgeschnitten und versteht ihr das auch wenn es schwarz auf weiß ist für viele Leute man muss es so sehen weil man kann nicht da sozusagen für sowas verurteilt werden ich kann mich auch irgendwo hinstellen am Haus und hinter mir brennt und ich bin einfach nur auf dem Bild und dann sagen alle hey ja okay der steht ja da der hat das Feuer gelegt so ist es nicht also man muss schon fair bleiben was das betrifft auch wenn man was hat gegen irgendwelche Firmen oder nicht hat also ich und dann gab es dann halt so alter ekelhaft würde ausrasten bei sowas und da hat jemand dazu geschrieben aber man weiß es wieder nicht ob es stimmt ich habe ja eine Zeit lang bei denen mein Hackfleisch produzieren lassen für meine Bürger ich hatte viermal viermal verfickte viermal in vier unterschiedlichen Lieferungen Plastikstücke in meinem Fleisch beim ersten Mal ist das sowas durchgerutscht zum Gast ist sowas durchgerutscht zum Gast ich bin völlig eskaliert da haben die aber noch auf mich eingeredet dass das nicht von denen kommt sondern meine Mitarbeiter schlampig arbeiten würden hab dann den Produzenten gewechselt und seltsamerweise kam nie wieder eine Beschwerde das sind halt auch Geschichten die man sich erzählt die wir aber nicht beweisen können das Problem also nicht das Problem also jetzt kommen man kann jetzt sagen jetzt kommen mehrere Indizien zustande die dann darauf schließen lassen hey da ist doch doch irgendwas wenn du genug Indizien zum Beispiel bei einem Serienmörder oder so wir vergleichen jetzt nicht damit nur mal zum Beispiel genug Indizien gegen ihn sprechen kann ja verurteilt werden wir kommen auch gleich noch zu den Storys von Matthias oh wir kommen jetzt direkt zu den Storys ja wir sind jetzt bei 15-16 Minuten ich lasse jetzt nochmal die Storys durchlaufen und danach könnt ihr euch schon auch nochmal selber eine Meinung bilden alles was ich über euch sage kann ich belegen geht vor Gericht kein Problem alles was über mich sagt könnt ihr nicht belegen drogenabhängig verwickelt in Klankriminalität so ein Schwachsinn ich hätte keine Fabrik ich kann dem Kobold seine Produkte mit einem Brief sofort einfrieren er darf nichts mehr verkaufen ich schwöre über Gott Kobold ist Alexikon und Alexikon ist mit Planet Meat gut ich weiß nicht ob die zusammen wohnen bei Matthias hatte ja es gab ja dann den Streit und da hat der Alexikon alle Sachen rüber zu Planet Meat verfrachtet zum Versenden mit und das ist halt quasi ich denke mal sein Partner seine Freunde jetzt was da jetzt genau ja wir gehen mal weiter Planet Meat ich kann euch sofort verklagen ich hab's nicht gemacht ihr wolltet Leute mir anrufen lassen ich hätte im Handumdrehen euch auch was auf dieser Ebene bin ich euch auch überlegen gewesen hab ich auch nicht gemacht ich hätte euch anzeigen können drei Wochen nach dem Schicksalsschlag habt ihr einfach über mich gelogen 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 ich hab keine Anzeigen so drei Wochen nach seinem Schicksalsschlag das ist als Matthias Amino verloren hatte der für ihn alles ist der wie für ihn für ein Kind war also sein Hund falls ihr das jetzt nicht so versteht und er wollte eine Auszeit er wollte eigentlich nichts zu tun haben und dann wurde er immer gepiesackt immer im Hintergrund es ist sehr verzwickt aber ich versuch das euch so gut wie es möglich ist zu zeigen aufzuklären wer hat es nicht richtig können da müssen wir bis zum am 29. April müssen wir da warten dann will Matthias dann richtig loslegen so keine Anzeige gemacht nix keine Abmahnung ich hab euch doch im Endeffekt nicht dahin kommen lassen wie ihr hättet kommen können wenn ich gewollt hätte also 29.14 nach ESN also kommt dann soll das ESN kommen jetzt hat der Matthias versucht vor er wurde sein Tattoo nochmal nachstechen lassen und ein Amino-Video drehen nochmal ein Abschlussvideo und danach sollte auch alles kommen aber ich will es nicht so weit abweichen wir gehen weiter das verwirrt euch wahrscheinlich noch mehr also noch mehr als ich jetzt hier verwirrt bin alles alles was ihr bei mir probiert habt hab ich nicht gemacht ich hab dreimal die Wahrheit über euch erzählt wie das mit der Fliege ich schickte Anwaltsbrief aber nur Anwaltsbrief keine Anzeige bis jetzt keine Abmahnung Fliege haben wir gesehen ich bitte dich hab die Eier geh mit mir vor Gericht bitte so Moment Julian geh vor Gericht ich bitte dich drum ich bitte dich drum du hast 10 Lügen hab ich erzählt keine Anzeige ich sag dreimal die Wahrheit geh vor Gericht ich führe vor Gericht zerfetze dich ich bring alles du hast damals auch auf Kassapate gemacht am Telefon ey Matthias wenn du schon hier kommst ich hoffe du bist da ein Tisch den du wolltest ich kam du warst nicht da du hast deine Leute plamiert also also er redet jetzt über den Geschäftsführer die wollten sich irgendwie was klären und im Hintergrund war so viel Welle auch über Matthias wurde da viel erzählt und Matthias wollte es halt dann auch klären die Leute die für die du zum Telefonieren überredet hast du hast sie plamiert und du plamierst sie wieder wenn du das da machst und er ist nicht aufgetaucht mach es mach es mach deinen Ruf noch schlechter als er schon ist bitte und jetzt geh ich weiter spazieren und wie gesagt es tangiert mich nicht peripher ich scheiß auf diese Briefe die machen mir Spaß das ist der Nährboden der Gerechtigkeit der Nährboden des Aufklärers der Nährboden des Panischers ja der Panischer das ihr Idioten ihr Vollidioten das macht mich stark und groß und das ist der Grund wieso die Leute mich feiern weil ich Eier hab und keine Fotze bin und wer eine Fotze ist kann sich ja jeder hier selber ausmalen ne schönen Abend euch schönen Abend euch geil so da haben wir glaube ich noch was im Hintergrund ja haben wir eben vorhin schon gesehen ihr könnt ja gerne mal abwiegen ich will hier kein Firmenbashing betreiben oder sonst irgendetwas aber ich fühl mich einfach da was das betrifft verarscht und ich werde meine persönliche Meinung ich werde halt nichts mehr kaufen ich hab das ordentlich abgewogen nachgeschaut was alles stimmt und nein das ist egal was da jetzt kommt was jetzt was jetzt Matthias noch aufdeckt für mich reicht das einfach nur dass das nicht gestimmt hat was da drin ist meine teuer Geld bezahlt für sowas man hat ja doch Vertrauen aber ja ich bin nochmal ganz kurz da es gab noch eine neue Story von Matthias zum Thema auch Verbraucherschutz das wollte ich euch jetzt nicht noch vorenthalten weil dann wäre das Video schon wieder nicht aktuell das ist alles zum Arschpicken habe ich gesagt ja in den Arschpicken ja danke Matthias so sehe ich das auch und ich zeige euch jetzt noch schnell die nächsten kleinen Stories was ich euch auf krippaler Basis noch sagen wollte äh ihr könnt auch wenn ihr den Verbraucherschutz Matthias Demons anrufen möchtet danny at sigplus.de schreiben per E-Mail weil ich lese ja lange nicht alle DMs und dann am besten immer halt eure Beschwerde mit Beweis so ne ich hab da immer gern einen kurzen Beweis zu um das danach auch auszuprozessieren aber ich hab so viele Beweise gegen die bei denen ist eigentlich easy aber insgesamt ich hätte gern immer Beweise ähm also ich arbeite sauber gründlich durchdacht und taktisch und äh ja könnt ihr auch an deny at sigplus schicken ich würde mich erst 22 dazu widmen vielleicht drop ich heute Abend wenn ihr Dinge habt die ihr mir hier zusendet und ich die nicht öffne danny at sigplus.de also wenn ihr es auf Instagram nicht sieht und nicht öffnet alles mit Beweisen schicken alles kommt hier in Ordner ich hab hier mindestens 100 Ordner und über 120.000 gespeicherte Fotos auf diesem Handy ich wollte sagen ich bin raus und dann jetzt lass ich hier bocklich ein ich mach's gut da was ist denn mit Carsten los ich bin raus euer Flexi a ein an a oh ho 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 ho